So magst du so'n Spice? Oh oh. Komm zurück! Ich hab's nicht... Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Er schießt aber auch weit. Nein, ich lad nochmal. Ich hab keine Lust, jetzt noch einen Big Daddy bei mir auf dem Rücken zu haben. Ich töte den jetzt, glaube ich, über direkt, diesen... Keine Ahnung, wo der ist. Hier war ein G-Patron. Hier war eine I-Spritze und Tagebuch, das wir aber nicht brauchen. Das wäre, wenn wir es gerade schon gehört haben, ne? Können wir hier lang. Wow. Und da ist auch noch einer. Ja, komm. Zack. Zack, was jetzt, Mann? Komm, brenn noch. Verpastig. Brenn. Okay, ich hab leider nicht gehört, was Frank Fontaine sagt. Der ist einfach zu leise. Ich weiß nicht, ob die den da irgendwie falsch untersteuert haben. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber das ist ja krass. Der ist einfach viel leiser als alle anderen Charaktere. So, nochmal hier lang, dann dort entlang, dann noch einmal nach oben, dann noch einmal nach rechts. Und eins zur Seite. Ja. So, jetzt geh ich ein bisschen nach hinten und lass die Spiele einfach ansehen. Speicher nochmal. Hier kommt keiner mehr so schnell durch. Okay. Ich weiß nicht. Ah, ne Waffenabkötzstation. So, was ist das? 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 Ja, was nehmen wir uns denn? Feuer, obwohl, hm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube, ich nehme mal die Bruchwahrscheinlichkeit einfach. Wow, das sieht jetzt ein bisschen, ja, jetzt sieht unser Armbruch natürlich ein bisschen krass aus. So, und ein Safe, den hacken wir mal nicht, weil wir sowieso sind, weil wir sowieso nicht schaffen werden, weil wir sowieso nicht schaffen werden, weil wir auch auf der Schwingsten, vor allem auf der Schwingsten, wie es jetzt schon wird, ich glaube, er hat mehr. So, schön für dich. Ach, eine medische Aktion, die würde ich gerne hacken. Das spiele ich schon seit anderthalb Stunden schon wieder ungefähr. So, was gibt's denn hier so alles? Mal gucken, das, 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 das. So, und, so, und, so, und. Und, so, und, so, und, so. Ja, genau, richtig. Super. Wer ist das denn schon wieder? Komm. Komm. Selbst schuld, muss ich dazu sagen. Äh, jetzt lecks, warte, Moment, Moment, Moment. Okay. Ist hier vielleicht ja Stimmen? Da ist ne Kamera. Da ist ne Kamera. Da ist ne Kamera. Ist ja alle live auf MTV. Okay, dazu brauche ich dann so einen hier. Sowas, sowas, äh, dann bräuchte ich noch einen. Dann so einen. Dann so einen. Dann so einen. So einen. Ja, genau. Fertig. Okay. 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 Okay, wo war das denn gerade, wo wir waren, wo ich hin musste, ja wahrscheinlich. Plasmid-Prototyping. Stockwerk eins, zwei, drei. Ne, wir müssen hier rein. Ne, Backup-Generator. Boah, der Generator. Also der Backup, ne, zur Sicherheit. Falls mal, damit alle Dateien nicht verloren gehen direkt. Was soll man denn hier machen? Naja, okay. Wir gehen mal ins Plasmid-Prototyping rein. Ja, haben wir das nicht schon gehackt? Und wir, das ist gerade zurückgehackt oder sowas? Das glaube ich ja jetzt hier nicht. Ne, was eine frechere Gestalt denn? Gibt's ja nicht. Damals bei uns, da wurde schon noch mit, äh, Mord, äh, bestraft, äh. So, nach oben. Noch ein, nach. Äh, na, links am besten. Naja, das geht nicht mehr. Super. Ach, das brauchen wir ja auch gerade sowieso nicht so. Wow. Was willst du eigentlich, ne? Komm. Na egal, die brauchen wir auch nicht. Wo müssen wir denn? Ach ja, dieser Ton, dieses Tonteil, da brauchen wir immer noch, ne? Moment, hier war irgendwo eine Medi-Station. Ey, ich hab das jetzt fünfmal abgeschossen oder so, ne? Das fühlt sich jetzt hier nicht, äh, Team-Hole. Test-Objekt-Lager, genau, Test-Objekt-Lager. Wir müssen zwar ins Test-Labor. Oh, das ist aber gerade ein bisschen dumm zu finden. Ah, jetzt können wir den Monitor überbrücken. Okay. Das ergibt schon mehr Sinn. Ich hab mich schon gewundert, wie soll man denn da reinkommen? Aber ich hab ja die Lösung rausgefunden, weil ich einfach ein bisschen zu schlau bin. So. So läuft's doch. Komm. So, die hätten wir mal ganz schnell. Wenn wir es schaffen überhaupt. Aber ich denk mal, wir schaffen das. Okay, wir bräuchten aber ganz schnell eins zur Seite. Genau, und dann bräuchten wir den. Jetzt können wir jetzt alles machen. Nach unten. Nach rechts. Zur Seite oder so. Oder auch nicht. Ist mir egal. Muss ja nicht sein. Und der da, okay. Weck der Kameras. So, hier gibt's ganz schön viele E-Spritzen. Ein ionischer Schrot und sowas. Aber ansonsten gibt's hier irgendwie auch nix. Kein Stimmmodul. Das ist ja unglaublich, ne? So, hier gibt's... Eugenische Analyse. Eugenische Analyse. Ich weiß nicht. Das hört sich auch schon so an, als ob es hier wäre. Aber hier ist es einfach nicht. Oder ist das in diesem Safe? Das wär ja krass, ne? Sollen wir mal versuchen, ob das hier ein Safe drin ist? Kann man versuchen mal. Ich glaub zwar nicht, aber... Das kann ja sogar sein. Genau, okay. Jetzt noch einer unten. Alter, warum ist das so schnell? Gibt's ja irgendwo ne Genbank? Ganz zufällig. Tatsächlich. Können wir mal ganz kurz... Winter Blast... ...mit Hypnosisis Big Ten tauschen. Das Teil vereisen. Und jetzt machen. Komm schon. Okay. Äh... Guck mal hier, das ist gar nicht möglich. Soll das gehen? Noch einmal. Komm schon. Diesmal aber. Komm. Guck mal, guck mal. Das geht gar nicht. So schnell wie das fließt, da kann kein Stimmen... Ne, das ist da nicht drin. Ich bin mir sicher. Da müssen wir schon niemanden... Keine Ahnung, wie... Hab ich... Na, okay. Kollege, lass mich durch. So, und der eugenischen Analyse ist es auch nicht. So wie wir jedenfalls nicht in dieser. Genau, da ist ja der nächste. Was, Mann? Kommt! Apropos. Ach, komm schon. Kommt. Kleiner süßer Stromschlag. Noch einer? Ne. Hätte auch nicht gewagt. So. Es gibt einfach keinen Ton für Zeramodul. Es gibt einfach keinen. Ich gehe jetzt systematisch jeden Raum nochmal durch. So. Ich hab keine Ahnung mehr, wo wir hier sind. Testlabor. Testlabor! Ey, das kann eigentlich sein, dass wir hier noch nicht drin waren. Das ist mathematisch gar nicht möglich. Da. Glaubst du, du kannst deine Verwandlung in diesem Blechkamerad wieder röckängig machen? Die verrückte Gänsemutter hält ein Casting für die Frankensteinparade ab. Und du bist ganz fort mit dabei. Schön für dich. Annamen, Experte 2. Ja, dann mach ich doch mal... Eckerfokus. Ich mach vier Alarmplatten. Das ist natürlich schon besser. Angst vor was? Ich hab... Ich verstehe es nicht, weil er so leise ist. Ist der Tod? Ja, okay. Speicher mal. Leider hab ich mein RPG... Das RPG-Geschütze da vorne nicht gehackt irgendwo. So, endlich sind wir ein vollkommener Big Daddy mit der Stimme und allem drum und dran. Ich will uns mal gerne reden hören. So, was gibt's denn da unten? Ne, da auch nicht. Äh, Verbandsgästen. Willkommen. Oh, ho, 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 ho. Haben wir doch was? Doch, hey, 197. Wo haben wir das denn? Ich weiß es, ehrlich nicht. Eckerfokus. Äh, von gar nix gibt es draus. Außer Winterblast, Techniktonika-Slot. Ja, wir nehmen uns mal einen Techniktonika-Slot. Und wir nehmen uns Moment Und dann nehmen wir uns noch Hackerfokus 2, haben wir schon Temporhacker 2 Ich wollte gerade sagen, das haben wir schon So Jetzt können wir sehr gut hacken Müssen wir hier ran Ich weiß nicht Ja, ich glaube, wir müssen hier lang Wer redet denn da? Ich habe keine Ahnung, wer da redet Ach, wir gehen wieder zurück Okay, Moment, ich bewege mich mal Okay, Versteckgräuche müssen überbrückt sein Du musst sie aus jedem Versteck locken Dann werden sie dir die Tür öffnen Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht Gemacht getan Gesagt getan, besser gesagt Ach, guck mal, jetzt haben wir endlich so ein kleiner Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den kleinen Behutsamen umgehst Ach, meine kleinen Männchen Ich versuche es doch Speichern Und danke, dass du mir die Tür geöffnet hast übrigens So Shot zum Versuchsgelände Jetzt musst du noch zwei Ebenen geben Also noch eins Und danach noch eins Also das ist jetzt das Und danach das letzte Also weil Habe ich mir so gemerkt Trainingsgelände Vielleicht müssen wir hier auch einfach nur trainieren Wer weiß Hm, 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 hm Warum denn? Ich meine, ich bin doch jetzt durch Das war's, Kleiner Es war ein langer Weg Aber du erinnerst dich an das meiste ja sowieso nicht mehr Ich habe dich als Kleiner Ich bin so weit Ich bin so weit Ich finde das krass, dass er so leise ist Ehrlich Man hört den gar nicht Ich kann ihn höchstens noch Gehen wir, Mr. Bubbles Etwas hoch Bearbeiten Mehr auch nicht Ich hoffe, ich schaffe das übrigens mit der Lens-Lister Zentrale Art Komm, gehen wir Ich bin so weit Ich bin so weit Ne Komm, Mr. Bubbles Das fand ich jetzt krass Traurig irgendwie auch übrigens Ich bin so weit Mit dieser Story über meine Frau und mein Käse Hab ich dich reingelegt Oh, meine armen Beulen Komm, gehen wir Oh, mein kleiner Baby Patrick Vielleicht lege ich mir einen Tageswürfel in der Familie Gehen wir, Mr. Bubbles Ich bin ein bisschen verarscht Ich, ey Ganz ehrlich, was sagt er? Bleib mal da, Nils, ich gehe mal ein bisschen voraus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal